ARD Text im Auftrag von Funk Hup Weg hier, los! Ich kann nicht so lange was betrinken Warum geht das nicht? Das ist ein Haftbomb in der Hand, überlegt mal Aus dem roten Autotoma zum Grünraum Oh mein Geil! Hahahaha Wo bist du denn? Ich bin hinten drin Oh! Das Waffe! Ich? Oh dein Ernst? Das handelt sich einfach fast weg! Ehh Ja, noch ein anderes Fahrzeug Pfeffer hier Das sieht keiner Smoke uns ein Hehehe 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 Ja, geil! Hehehe Weg hier Hehehe Ampere, oh nein Das ist der Ablehn Hehehe Da Hehehe 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 Du kannst mal aufhören, immer wenn das Ding weg ist, wieder bei den Blöden von mir zu zählen, jetzt haben wir schon 3 Sterne wegen dir. Toll. Warum fährst du nicht? Verweck! Verweck? Du hast das Spiel verlassen, steht bei mir. Hä? Was ist denn jetzt los? Guck mal erst, als hättest du die Bullen auf mich gewinnen, dann verlässt du mich. Bei mir habt ihr beide verlassen. Verlumpft mal. Du fährst einfach gegen die Wand bei mir. Ja. Verweck wird die Verweck, in dem Körper hat er sich verlassen. Seien gelassen, aus dem Staub gemacht, und die Männer heutzutage. Die verfolgen die Bullen. Was hast du jetzt schon wieder getan? Ich dachte nicht. Nö. Warte Leute, warum haben wir 2 Sterne? Weiß ich nicht. Du überfährst die Leute deswegen. Ich dachte gerade du wärst ausgekloppen. Das war so geil aus. Alter. Ist der denn ernst? Ja und jetzt? Ja pass auf, hier steht irgendwo ein Boot. Ich bin ausgewichen in den Schüssen. Die haben auf mich geschossen. Was machst du so? Weil du mega nice eingestiegen bist. Du fährst alles weiter aufs Main hinaus und findest nie wo's hin. Ja weißt du wo der ist? Was ist die Facts? Was ist das mal heim? Schanze! Wuh! Wuh! Was ist wenn ich jetzt das überdrücke? Echt aus. Mach mal. Guck das. Wuh! Die zeigt halt echt aus. Ich dachte sie steht nur auf oder so. Sag mal, redet mal. Hallo, ich rede, ich rede, hallo. Hallo, ich rede. Ich rede bitte. Das ist ein Gerede. Hallo. Gerede bitte. Ein Gerede. Ich bin ich. Du bist ein Gerede. Ein Gerede. Ein Venedig. Ich will den Venedig. Geli, Venedig. Andreas. Hallo, Mino. Kommandanten mal hier. Easy an die Wand geparkt. Geil! Was geht's? Ich hab auf ein Haus geparkt. In nem Boot. Hilfe! Help! Was labert die denn, Alter? Halt tief. Ey, die hat mich ausgelaufen oder so? Nein! Easy lachen und so, weißt du? Easy 8 Euro. Sack! Hoppe, hoppe, rein! Ey! Guck mal, da sind zwei. Guck mal, die Prü... Ey! Jetzt sind sie dann nicht mehr. Mann! Du wolltest nicht schlagen und leg keine Frauen. Ich wollte dich gar nicht schlagen. Das war auf der See. Ja, ja. Ich bin in meine Nähe gekommen und ich gedrückt. Ja, ja. Pass auf, ich hab noch zwei Kugeln, ja. Ah, nee. Ach so, man muss das B drücken. Das war ein. Ich hab noch 15 Jahre alt. Ich hab noch ein. Ich habe mich nach dem dumpen. Das war ein. Das ist aber ein. Vielen Dank.